Ich bin bereit, jemanden anzulegen. Scheiße, jetzt haben sie mich gesehen hier. Unten, Kellereingang, kommen sie rein bei mir? Ich glaube, bei mir kommt schon einer. Sind sie schon drin? Leise. Nee. Ja, jetzt ist aber einer durchs Trinken gelaufen. Ja, die ist wieder raus. Wir sind zu zweit, alles passt statt. Ich glaube, ich sterbe gleich. Oh ne, die sind bei mir schon drin, Alter. Die sind bei mir drin. Im Zimmer und ich seh mich nicht. Du bist oben, oder was? Ja. Gut. Entdeckt mich völlig anders. Leike, warst du das bei mir? Ja. Okay. Weil hier geht's rund. Das ist halt immer ganz witzig, oder? Ah, fuck, den Blitz habe ich und die Ash kommt auch zum Fenster rein. Die zwei Spastis, ne? Zum Fenster rein? Ja. Ja, zu diesem großen, unten bei den Wallisters. Hat mich auf. Ey, die sind so schnell, das ist Wahnsinn. Entweder passt das mit meiner Leitung oder nicht mehr, oder? Ja. Die regen mich auf, Alter. Die Ruhe, 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 Ruhe. Hier. Ah. Irgendwo auf dem Gang. EG, Kartenraumfuhr war gerade einer, hat die Cam erschossen. Ich lass mal hier Cam stehen. Ey. Alter, die steht oben neben mir. Ach Gott, die Runde muss ich aufnehmen. Ich geh oben aus meiner Kamera raus und die kniet vor mir. Eieieiei.